Oh mein Gott Peace Freunde was geht Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Lange ist es her Dass ich hier am PC sitze Auf jeden Fall gibt es heute wieder eine saftige Reaktion Auf eure Fails Die ihr mir auf Instagram geschickt habt Leute ihr könnt jetzt immer noch eure Fails Einfach per Instagram Per Privatnachricht an mich schicken Und auch gerne reinfolgen Wir sind kurz für die 200.000 Und dann klacken wir die vielleicht bald Aber auf jeden Fall schickt mir eure Fails MTB und BMX Mit ein bisschen Glück kommt ihr in die Folge Und ja Die wurden wieder fleißig rausgesucht für mich Ich bin sehr gespannt Ich hoffe wir haben nicht zu brutale Sachen dabei Mir tut der Rücken weh Ihr habt vielleicht mein letztes Video gesehen Meinen dummen und auch lustigen Sturz Aber ja es geht Also hätte schlimmer enden können Aber ja So ich würde sagen wir fangen direkt an Ich freue mich voll Es ist irgendwie lange her Dass ich so in die Kamera gehe Und vielleicht gibt es auch bald mal wieder Twitch Streams Für die Leute die so Streams bei mir gefeiert haben Ja so ich würde sagen wir fangen einfach mal an Ich mache hier mal auf Wiedergeben Und let's go Und hoffentlich nicht zu brutal Alles klar Ich sag so hoffentlich nicht zu brutal Und dann kommt hier direkt wieder einer angeflogen Alter Wohin? Oh mein Gott alter Wie schlimm Man ich muss auch manchmal das einfach öfter angucken Weil irgendwie das ist Oh Au Ist halt ein Unfall Man kann halt nicht weggucken So Ihr kennt das Ja Ging gut los Jetzt wieder hier Oh das sieht nice aus Ich habe jetzt gerade gar nicht so richtig auf ihn geachtet Ich habe gerade eher irgendwie so auf Die Umgebung geachtet Aber das 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 Ja Halt über den Lenker ne Oh über den Lenker ist immer irgendwie doof Ich weiß auch nicht Au ja Okay Schaumstoffpool action Hallo Da Oh mein Gott alter Da muss ich auch immer Da muss ich auch sagen Da habe ich auch ein bisschen Angst Dass man trotzdem mit dem Kopf Halt an die Kante irgendwie kommt Aber ja Wenn es passiert Dann passiert es halt Aber Ist nochmal gut gegangen Ich weiß noch Einmal bin ich auch damals Das ist auch wieder neun Jahre her Oder so In der Halle In den Schaumstoffpool gesprungen Und dann Habe ich auch so gesagt Spaß ich mache den Backflip Und dann habe ich so gemacht Und dann habe ich halt das Fahrrad losgelassen Und es ist halt Gefühlt 20 Meter in die Luft Und dann halt auch komplett auf dem Boden Auf dem Feuerlöcher noch gelandet Ähm Ja Passiert Passiert Naja Das hat der Lars mir geschickt Leute Ähm Mit dem ich auch in Wuppertal mal war In der Nacht Session Ähm Einfach ein Dribble Bar Spin Und dann schön Das ist schon mal heftig Und dann schön Knallt er auf den Kopf So halb oder Sieht auf jeden Fall Schmerzhaft aus Ich habe ihn auch gefragt Ob alles gut ist Aber er meint Es ist alles gut Jetzt noch die Frage an euch Kleine Zwischenfrage Wie kriegen wir es hin Dass wenn ihr mir die Clips schickt Dass die Qualität Gleich bleibt Also auf jeden Fall würde ich jetzt sagen Die nächste Runde nochmal über Instagram Aber ihr könnt mal vielleicht Habt ihr irgendwelche Tipps Weil ich will jetzt nicht über E-Mail Oder so Weil es gibt halt Leute Die schicken halt auch gern mal so ein Virus Und so Gab es alles schon Ähm Irgendwas sicheres Wo ich eure Clips In der Qualität Kriege Wo ihr die auch schickt Also womit ihr die auch schickt Weil die Qualität geht manchmal Über Instagram so krass runter Das ist richtig schade Ja Aber der dreifache Barspin Der ist schon heftig Aua Alles gut Zum Glück auch so eine Resi-Landung So eine weichere Landung Oh oh Ich habe Angst Boah Da kommt er einfach angeflogen Wups Also Jetzt gerade wo ich es gestoppt habe Sieht es halt so aus Würde der einfach in die Kamera reinspringen Auch heftiger Fail Alles gut Alles gut Oh man Au Man kennt es Man kennt es Ja bei den Dirt-Sachen geht halt die Qualität immer übel runter Das ist immer schade Oh 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 Der Steinboden ist immer nicht so geil Schau mal was da für Steine liegen Alter da liegen Da liegen halt übste Brocken rum Ne Ah stopp Aua Backflip Eieieiei Sieht auch chillig aus da Der Park Oh mein Gott Ist jetzt die Kurbel abgebrochen Die Qualität ist halt so schlecht Ja Oder Ja Crazy Crazy Oh mein Gott Alter Das kriegt man ja schon einen kleinen Schock Oder Land ist Kann auch böse enden Krass 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 Einfach Ab Aber immerhin auf Video So weißt du Geil Aber zum Glück nicht böse Geendet Liegt da jemand Ne Oh 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 Ich hab Angst Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Au Der arme Baum Nein Spaß Schlüsselbein gebrochen Ja Ja Krass Da filmt halt nochmal jemand Von hier sah es Gar nicht so schlimm aus Alter Oh mein Gott Keine Ahnung Was in letzter Zeit Bei mir los war Helm und Material kaputt Dazu noch alles geprellt Oh man Wenn das aktuell ist Dann auf jeden Fall Eine gute Besserung Das Also Durch diese Schreie Das Klang schon Nicht so gesund Ich will einmal noch schnell Das sehen Ah Ne Boah Alter krank Krank Also Gegen so ein Baum Heftig Die Qualität Das regt mich richtig auf Leute Weil das wird mir ja In guter Qualität geschickt Aber Instagram Alter Das ist einfach Arschbombe Heftig Aber immer noch Geschafft Crazy Geil Ich muss sagen Diese Resi Resi Sprünge Sind geil Hätte ich auch mal wieder Bock Hätte ich auch mal wieder Bock Oh ich bin gerade immer noch geschockt Von dem Baum Gerade eben Also von dem Baum Oh mein Gott Er hat so Glück gehabt Dass er So über Länger gespringen konnte Und nicht mit einem Füßen da am Länger hängt Bleibt Eieiei Oh mein Gott Leute Was geht ab hier Oh ist das mit einer Drohne Oh mein Gott Oh da kommt einer hinterher gesprungen Ich hoffe der fällt nicht drauf Kommt noch einer gesprungen Oh Aber irgendwie Also ich weiß nicht Ist schon Ist schon krank alles Ah Tschüss Familienplanung Ich will es noch einmal sehen Aber der sah irgendwie schön aus Der Park ist auch richtig geil Gefällt mir auch da Oh man Ich hab Angst Alle diese Dirt Sachen Das ist so schlimm Oh mein Gott Wie der da angeflogen kommt Ich hoffe man erkennt es so halbwegs Aber es ist schon Holy Ja Er kommt da einfach angeflogen Oh man Next one Oh Das ging noch Das ging noch Oh oh Ah Oh ich dachte jetzt Fliegt immer länger Aua Mann Ah 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 Ach hier ging auch Gerade noch so Oh Gott Tschüss Aber geil Alter Geiler Geiler Sprung Da so Geil Das ist geil Wenn man sowas Mäßig im Wald so hat Aber Schön weit Und schön hoch Voll geil Schade Schade Beale So Try Bike Action Haben wir auch selben Aber finde ich auch mega krass Finde ich auch mega krass Oh mein Gott Oh mein Gott Das kann man ja nicht zeigen Einmal kurz noch Alter der fliegt ja mit dem Rücken da auf diese Kante Und der Schrei der Ist nichts Nichts Gutes Alter Leute Was geht ab Au Oh Mann Das war ja fast wie bei mir mit dem Rücken Aua Alter Ne Krank Und das Das kann ich Ich kann es mir nicht nochmal angucken Ich würde es gerne nochmal sehen Aber es tut weh Ui Erkennt Das tat richtig weh beim Zugucken Aua Alles okay Okay alles gut Au 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 Ha 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 Gut dass ich zum Schluss komme Ich habe mich mit reingenommen Leute Weil ich einfach nochmal zeigen wollte Weil es einfach dumm war Weil es einfach dumm war Ich habe richtig Glück gehabt Alter Ich habe so gesehen Guck mal Hier lande ich Zum Glück nicht auf der Kante Alter Zum Glück noch ein bisschen weiter oben Ja Wir haben es überlebt Ja Leute Das war es wieder Das waren eure Fails Wie gesagt Lasst gerne mal den Daumen nach oben da Für mehr Ich mache jetzt die Woche Ein richtig cooles BMX Video Also was richtig 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 lustiges Was ich damals mal Vor 10 Jahren Habe ich das mal gemacht Mit einem Kumpel Lasst den Daumen nach oben da Für die ganzen Leute Die ihre Fails geschickt haben Und ja gute Besserung an alle Falls da noch Manche Sachen aktuell sind Ja Wir sehen uns Macht es gut Und Alter Es ist so warm Wie kann es so warm sein Tschüss Wie kann es so warm sein Wie kann es so warm sein